Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Linda Burns Interactive Story. Habt ihr noch ein Gedächtnis, was in Episode 3 passiert ist? Denn jetzt sehen wir, wie es in Episode 4 der zweiten Staffel weitergeht. Natürlich wieder die nervige Werbung zuerst. Swipe nach rechts und verdiene Geld. Finde deinen perfekten Match, spiele deine Lieblings-Handyspiele und verdiene echtes Geld. Dank Testerheld ist es jetzt möglich Geld zu verdienen. Weg damit. Und natürlich startet ich mit dieser Johanna. Ja. 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 Da ist der Bruno. hm, das soll ich mir sagen, ich gehe jetzt irgendwie von Linda mal gucken jetzt ist es ihm egal, interessant ja, er ist ein Stalker so wie wir jetzt müssen wir auf die Pläne ansprechen ja, sieht so aus oh, er hat mal ohne Mütze oh, er hat mal ohne Mütze oh, je drama, drama doch, sieht so aus Kevin, ihr Ex wir fragen, ob wir uns heute treffen können hm, wer den wohl geschrieben hat wir behalten die Information für uns oh, Hannah, was will die denn hm, nach oben hm mir gefällt das nicht so ja, ich weiß nicht so Oh, das ist ein Kuchen. Ich glaube, das ist ein Kuchen. Ah ja, dieser Typ da, ich weiß nicht wie der heißt. Tiago. Oh je, da bahnt sich was an. Ja, wir freuen uns, ob er ausgehen mag. Oh je, da bahnt sich was an. Oh je, da bahnt sich was an. Ich kann verstehen, dass sie fertig ist. Oh je, da bahnt sich was an. Da ist Rodrigo. Ja, wir hätten das nicht tun sollen. Oh je, da bahnt sich was an. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht.